Ich bin Simon Rötzer und das ist mein erstes Semester an der MBU. Stopp! Was, Alter? Junge, Alter, das ist übelst langweilig, Mann. Ja, keine Ahnung, halt irgendwie so Bewerbungsvideo. Das ist objektiv betrachtet einfach überhard boring, Mann. Was für Bewerbungsvideo. Das ist einfach überhard langweilig. Deine Fresse, ich hab wirklich überhaupt kein Zeichen für Bullshit. Ganz ehrlich, objektiv betrachtet, das ist einfach krasser Crap. Einfach scheiße. Das ist Bullshit. Lass es einfach, Alter. Halt dein Maul. Weißt du, das muss cool sein, das Video. Ich hab morgen abgab. Da muss ne Message da rein. Du brauchst Explosionen, das muss geil aussehen. Schreit du fertig? Dann kommst du nicht gesehen. Ich mach das fertig. Ich mach ein geiles Video. Komm, geh weg, Alter. Oh. Hallo. Mein Name ist Simon Rötzer. Und ich möchte Ihnen in diesem Video etwas über das Leben erzählen. Wissen Sie, Glück ist kein Ziel. Glück ist eine Art zu leben. Probleme werden gelöst, indem man nicht zu lange drüber nachdenkt, sondern anfängt sie sofort zu lösen. Wissen Sie, das Leben beginnt dort, wo die Zeit anfängt egal zu werden. Im Leben geht es nicht darum, hoch hinaus zu kommen. Im Leben geht es darum, oben zu sein und dennoch am Boden zu bleiben. Mach das Unmögliche möglich. Das Mögliche einfach. Und das Einfache elegant. Aufgeben ist nur das Produkt unserer Ängste. Die Angst vor dem Unbekannten. Die Angst vor dem kalten Wasser. Doch um unsere Ängste zu besiegen, müssen wir uns ihnen stellen. Mein Name ist Simon Rötzer. Wenn es eine Sache gibt, die dieses Video Ihnen mitteilen soll, dann ist es folgendes. Sowohl alles, als auch einfach nichts ist selbstverständlich wahr. Wir werden gelöst, indem man nicht zu lange drü- Irgendwas mit Aufgeben und Ängsten. Ah. I got him!